Megan Fox startet in ein neues Kapitel, ohne Machine Gun Kelly. Erst kürzlich wurde ihre Trennung durch einen Insider gegenüber TMZ bekannt gegeben. Doch das Beziehungsende kommt nicht überraschend. Bereits zuvor soll die 38-Jährige ein eigenes Haus in Los Angeles gekauft haben. Für 8 Millionen Dollar erwarb sie ein Anwesen in einem der exklusivsten Promi-Viertel. Dort will sie mit ihren drei Kindern ein neues Zuhause finden. Zuvor lebte die Transformers-Darstellerin in verschiedenen Mietobjekten. Der Schritt in ein festes Eigenheim soll auch mit Sicherheitsbedenken zu tun haben. Angeblich fühlte sich Megan unwohl in dem Haus von Machine Gun Kelly. Der 33-jährige Rapper hatte viele Gäste, die ein- und ausgingen. Diese ständigen Besuche sollen bei Megan für Unbehagen gesorgt haben. Zudem gab es wohl Spannungen, da beide im selben Wohnraum nicht kompatibel waren. Interessant ist, dass Megan trotz ihrer Schwangerschaft und der Beziehung nicht mit MGK zusammenlebte. Die Beziehung der beiden war bereits zuvor von Höhen und Tiefen geprägt. Mehrfach sollen sie sich getrennt und wieder versöhnt haben. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, Megan und MGK haben sich seit der Schwangerschaftsankündigung mehrfach getrennt. Diese Trennung sei nun größer, da sie an die Öffentlichkeit gelangt ist. Der Insider fügte hinzu, ihre Beziehung ist voller Leidenschaft. Sie kommen immer wieder zusammen, streiten aber auch auf die toxischste Weise. Ob es diesmal das Endgültige aus ist, bleibt abzuwarten. Die Beziehung der 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 Beziehung der